So, hab wieder irgendwas reingejoint, das vorherige Match war ja ein wenig scheiße. ALTER! Ah, okay. Hehehehe. Wuuu! Ah, der ist tot. Voll der Skill. Mh. Aua. Gefährlich. Da hin, da hin, dann hinter mir. Wunderbar hinter mir, genau. Kann ich voll viel machen. Achja. Exakt. Ein weiterer Abschuss. Jaaa. Jaaa. Ech sei. Wussten ja, dass ich jetzt da langkomme. Neutralisiert. Das ist ein Kumpel. Kumpelfreund. Ach, scheiße. Ich werd verrecken. Achja. Da bin ich mitten ins Getümmel reingesprungen. Geht gar nicht. Na? Da war doch einer. Wir haben im perfekten Moment weggeguckt, ne? Boah, leck mich am Arsch, ey. Ich gehörte mir gar keinen Kill. Außer den halt. Aber den hab ich mir selbst erarbeitet. Ich bin glaub ich voll in die Eier geschossen, ne? Boah, der Ball hat mir direkt einen rein. Also, instant. Hinter mir. Wir sind noch nie in die Eier. Ich hast sowas richtig. Drecks... Drecksack. Drecksack. Achterbizeps. Ja, wie Can sein drei Millimeter Bizeps-Cork. Niemand gesügt! Niemand gehört! Da ist einer! Wo ist er jetzt? Ich finde dich! Da war er! War! Alter, dieser Typ! Ey, ernsthaft! Ja, vollkommen getroffen! Also... Der Baller da einfach drauf los! Er dingst sich da seinen Killer! Ich bitte euch, das war... Für mich war das nicht mal ansatzweise getroffen und einfach reingesprayt! Das Missionsziel wurde erfüllt! Gaming Gammler 2017! Ja, ist klar! Ach ja! Da ist das, was ich standardmäßig habe! 4 zu 8! Da seht ihr es! Ihr könnt mit mir mitfühlen! Dieser 8er Bizeps sollte gekickt werden! Kampfhistorien! Ha 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 ha! 2,4! Okay, dann ist er wohl doch nicht so schlecht! Ja, ich meine ja auch nicht, dass er schlecht ist! Aber er hat einfach reingesprayt! Und dann hat er mit Glück einfach ein paar mal getroffen! Naja, egal! Brauchen wir uns weiter drauf aufregen! Hier, wir machen einfach chillig, vanillig weiter! Und hoffen auf eine korrekte Karte! Boah! Ich träg grad Panasch, deswegen! Wer es nicht kennt! Denn Leben ist ein Müll! Muss man kennen! Ach! Der 8er Bizeps ist weg! Habe ich nichts gegen! Habe ich überhaupt nichts gegen! Bin ich irgendwie ein schlechter Verlierer oder so? Nein! Nur sonntags! Heute ist nicht Sonntag! Heute ist... Auf jeden Fall nicht Sonntag! Sonst würde ich mich megamäßig über die Season freuen! Da megamäßig drüber reden! Aber ich rede jetzt nicht über die Season, weil... Dafür müsste ich Season gucken! Beziehungsweise die Season fängt glaube ich... Wenn ich die Folge... Ähm... Ja... Die fängt demnächst an! Oder müsste dann... Ungefähr... Bald anfangen! Vielleicht kommt uns die erste Folge auch schon draußen! Ich weiß es nicht! Na? 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 Kann das nicht! Was ist das denn für ne Granate? Mein 1er Bizeps hab ich nicht fertig gemacht! Scheiße! Ah! Es leckt! Hm! Ungut! Hart! Ungeil! Wir haben den Vorteil verloren! Scheiße! Weißt du dann? Ich hör auf zu zielen! Dann kommt er erst wieder! Ah! Das ist immer so! Du kennst das bestimmt genauso gut wie ich! Du kennst das bestimmt genauso gut wie ich! Meiner! Tödliche Präzision! Wie dekadent ausgedrückt! Ich kämp' nicht! Äh! Äh! Das würde ich nicht tun! Aus moralischen Gründen! Ich chill' nur an einem Ort! Und... Ja! Ja! War das so ein Opfer? Der ist da reingesprungen als wollte! Er ist wirklich spüren! Ich will den Tod richtig spüren! Mit eigenen Augen! Ja! Und Körper halt, ne? Ich traue die Seite irgendwie nicht! Boah, Alter! Ich hab' ein mega... Megaschlechtes Gefühl so! Ja! So eins! So auf jeder Seite! Da ist einer! Feindliche Truppen haben die Ausrüstung zur Tür! Feindliche Truppen haben die Ausrüstung zur Tür! Feindliche Truppen haben die Ausrüstung zur Tür! Ich hatte ihn! Ich hatte ihn! Ich hatte ihn getroffen! Ficke! Drecksack! Ja, ne? Hehehehe! Nooo? Nooo? Fuck, da ist einer! Alter! Und ich seh ihn halt echt nicht, ne? Geil! Wat' ein Hechtsprung! Und Schlag, Mann! Das sah mega geil aus! Also... Spaß, diesmal sind meine! Nett! Ah, Mann! Scheiße! Ich bin so blöd, ey! Ich bin so blöd! Ernsthaft! Weißt du? Hör, ich hab grad so... Könnte Drohne ist aktiv! Denk mir! Ah, ich hab noch ne Drohne! Lass aktivieren! Scheiße! Ja, da... Vollkommen blöd! Ja, weißt du, jetzt ist die Drohne für'n Arsch! Nur ich so dumm reagiert hab' ernsthaft! Ah, Mann! Das nervt mich! Ah, Mann! Das nervt mich! Immer wieder! Dann drück ich auf diese Taste und denk mir im gleichen Moment... Warte, warte, warte! Was hat der eben gesagt? Ah, dann ist es immer zu spät! Ah, ne! Krieg's mich nicht! Krieg dich vorher! So! Wird er sicher herkommen? Wuhuuu! Ich beschütze meine Freunde! So gut, es geht! Scheiße, ich hab' mir fest in die Eier geschossen! Hinter mir war der Sack! Der Sack da! Ach, ja! Äh... Hellstorm-Rakete unterwegs! Mhm... 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 Von wo kam der? Ach, der stand da! Ich bin vorbeigelaufen! Ah! Oh, Mann! Aber mein Team ist scheiße! Also... Yay! Wunderbar! Komm, weg nicht am Arsch! Ich hätte die S-Mine lassen sollen! Mit dir! Kein Recht zu leben! Oh, ich hab' das verrecht! Nein! Gut gedacht, aber schlecht ausgeführt! aja... Ja, da war zu viel. Ich hatte echt so'n Sniper-Kill-Counter. Scheiße. Ja, komm. Ja, klar. Ich hatte keine Chance mehr, ich wusste nicht, was ich tun sollte und er hat mich gesehen gehabt. Ach, da ist einer. Kam der wieder von hinten? Nee. Da war noch oben ein Kumpel von mir, so ist der, wieso hat der den nicht gekillt? Teammate, ernsthaft. Was ist denn das für ein Teammate, wenn der den nicht killt? Ja, da packt er die Waffe raus. Jetzt komm, ey. Nicht mal ein Knife-Match machen, ne? Und es leckt wieder. Scheiß Host, ernsthaft. Boah, ich fang nur an zu flamen, wenn ich Sniper. Ich sollte hoffen. Ist nicht gut. Ja, wir haben verloren, war aber klar. Aber ich war Beste aus meinem Team. Und das soll mir schon mal jemand... Nee, niemand soll's nachmachen. 13.10 ist nicht gut. Ah, da ist er. Streckt seinen Arsch nach draußen. Und fällt die Klippe runter, richtig sexy. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.